Es war einmal ein Raum, angesammelt von talentierten Managern, in der Allee des Otto-Suchen, als ein leicht ergrauter Mann eben jenen betrat und sie aufrief, jemanden zu suchen. Die Beiwohnenden des Spektakels waren nach eindeutigen Ritterspielen in klare Schichten eingeteilt worden. Siegerinnen und Sieger sollten vereint die Truppen zum Sieg führen. Der Auftraggeber verfügte über großzügige Räumlichkeiten, die er seinen neuen Freunden vorstellte und ihnen voll unbändiger Güte zur absprachlichen Benutzung anbot. Das Suchen selbst stellte sich als der Quigley dar und bot einer Vielzahl von Milizierenden die Chance, ihre Künste zu präsentieren. Aber einer stellte sie alle in den Schatten. Der, dessen imposanter Auftritt die anderen erschaudern ließ, war auf den klangvollen Namen Wim getauft worden. Mit diesem erhoffte man sich, einen Topf oder wenigstens eine Schallplatte voll Gold gefunden zu haben. Sogleich mobilisierten sie alle Kräfte, um mit Blitz und Donner die Wolken auf ein Bild zu bannen. Der Sänger selbst sah dem zwiespältig entgegen. Das bewegte Bild sollte festgehalten werden. Die körperlich-rhythmischen Voraussetzungen dafür waren Gott gegeben. Die Welt verfliegt im Rausch Ich hab viel zu oft geglaubt Ich schliess die Augen und ich lauf Ich muss hier raus Ich hab viel zu oft geglaubt Ich hab Glück, wenn ich es kauf Ich muss hier raus Ich schliess die Augen und ich lauf Schon die Sonne geht bald auf Siehst du es auch Ich muss hier raus Als Untermalung seiner engelsgleichen Stimme bestellte man die besten Instrumentalisten herbei und ließ sie fachsimpeln, das Gemüt stets durch ein Festmahlversuch. Der Kopf treibt mich hinaus Ich hab viel zu lange gebraucht Ich muss hier raus Welt verfliegt im Rausch Lichter gehen aus Dich verschwinden Ich muss hier raus Viel zu oft geglaubt Ich hab ich es kalt Ich muss hier raus Ich lauf schon 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 Ich muss hier raus All jene bildhaften Eindrücke wurden, den großen Meistern würdig, zu einer Einheit in Bild und Ton verschmelzend angeordnet. Dies war erstmalig in der Geschichte der Suchenden. Zu guter Letzt wollte man auch das einfache Volk an der geschaffenen Erlebniswelt teilhaben lassen, weshalb man zu Festlichkeiten liegt. Und wenn sie sich nicht vermanagt haben, singen sie noch heute Ich muss hier raus